Wir haben den 16.8.2022. Das sind gerade die Spatzen. Hier gegenüber ist ein weisser Schmetterling. Jetzt warte ich noch kurz. Ob er noch... Da kommen wir jetzt noch ein. Ich habe es gesehen, wo gelandet ist. Es sind Spatzen hier vorne. Jetzt sind gerade ein paar Spatzen zu mir übergeflogen. Genau in der Mitte vom... Ähm... Warte kurz. Ich kann auch ein längeres Video machen. Vielleicht... Dann kommen wir gleich noch ein paar Spatzen. Dann kommen wir gleich noch ein paar Spatzen. Einmal auf.